Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputtgehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bahn. Zerbollt ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davon kommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy, wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Wer ist der neue? Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wie ist das? Der Taxifahrer. Weißt du noch? Ah, Segen. Segen. Der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren. Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauly. Was soll ich machen nun? Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Benny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn's Probleme gibt. Wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los, haben eine lange Fahrt nach Norden für uns. Mit der Donnerstom-Malmachung. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauly. Oh, die wird singen. Wer ist das dann? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was langes oder kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ho. Da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für Sofa. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versenken. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauly dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Hey, Schrauberger! Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauly? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralphie. Wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph. Sicher, Pauly. Tommy. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauly. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Dann will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Hey, wir zerstören heute ihre Karren, nicht diese Kiste. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt, sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesem Leben. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie's vergessen. Wir sind jetzt in Morellos. Wir sind jetzt in Morellos. Wir sind jetzt in Morellos. Die Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Okay. Wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja. Er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Ich kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenke den Typen ab, während du dich von hinten an ihm ranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Na, aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt als Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, rennt der Kohle rüber. Das macht er schon. Hey, was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Du bist du. Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Zahiris Jungs wollen weg. Genau so. Gut gemacht. Also, weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Hattig. Hey, weg von dem Wagen. Mach ihn alle, Tom! Ich bin mit den Franschen angelegt. Willst du unbedingt sch... Los, Tom, schnell. Von denen gibt's noch mehr. Heiz ihn mit dem Molotov richtig ein. Ja, den hast du gut erwischt. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon weiß ich, wo du's abstellst. Genau. Kennen der Autos und Schüsse gemeldet. Nein, dann klauen wir's. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. So haben wir's immer schon gemacht. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Machst du nicht nochmal, oder? Lass sie nicht entkommen! Lade nach! Kommt zurück, ihr Schweine! Wir haben hier ohne Geräte. Schnappt ihn euch, Jungs! Der Kerl hat uns irgendwo in North Park abgeschüttelt. Geht weiter. Er taucht schon wieder auf. Der Kerl hat uns irgendwo in North Park abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. Allemann, Suche ist beendet. Wiederhole, Suche beenden. Was? Die Luft ist rein! Ah, vorsichtig! Wir wollen nicht auffallen! Die Luft ist rein! Zurück mit uns zum Boss! Dachte Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifen bullen schon, aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, hab ich mein Maul gehalten. Und eines Tages hab ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. Zehn Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt hab ich nen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder Vicarlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben hab? Stehen gelassen. Warum? War ne üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit nem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Ist also noch immer dabei? Irgendwie. Ja. Hey Boss, ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mach alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zaun schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das hör ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besaugung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wär das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also hör zu, hör gut zu. Erstens. Kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionenwörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens. Wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und? Ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier. In diesem Raum. Haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri. Wegen mir müssen sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt hab ich Hunger. Luigi! Essen wir! Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah? Bellissima. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt.